Ich wollte ja noch wissen, welchen Tag wir heute haben. Steht das noch eine Rolle? Ich bin heute in irgendein scheiß Kröler aufgebucht und du kann mich heute nichts erinnern. Du hast da Glück gehabt. Du hast geschlafen, als die Welt untergegangen ist. Was ist denn jetzt? Damit meine ich das Ende, finito, das war's. Was ist denn überhaupt passiert? Das, womit im Jahr 2020 keiner gerechnet hätte. Dass sie niemand vorstellt hätte können, ist tatsächlich heute offen. Und es hat uns ganz kalt erwischt. Sie meinen doch nicht. Doch, Buh! 2020 hat Andreas Gabalé sein erstes Weihnachtsalbum veröffentlicht. Es war Wurzfühl. Es war Wurzfühl. Es war Wurzfühl. Es war Wurzfühl. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt.